So, hallo Leute, willkommen zu einem neuen Crossfire Video. Heute ein bisschen Live-Gameplay mit mir. Diesmal alleine. Ja. Wie man vielleicht in meiner Stimme hören kann, bin ich noch ein bisschen krank. Also verzeiht mir, wenn ich zwischendurch wusten muss. Ja. Also, Igelei. Wie man sehen kann, 13 Runden. Ja. Aber wird ein schönes Match. Wieder ein paar Token dabei. Ein paar. Ja. Übrigens, sorry, dass die letzte Woche jetzt kein Video kam. Das war halt wegen meiner Stimme, weil ich halt kaum reden konnte. Und vor Modell nicht gesehen. Aber jetzt geht's hier so einigermaßen. Und ja. Ein ZP. Wow, Mann. Bringt's richtig. Escape plus Enter. Drücken wir mal auf 11. Jawohl, gekickt. Och, der 3-0 hat. Ja, da kommt er weg. Was macht er denn da? Gott, äh. Ein wahren Manufeld. So. Och, bye-bye. Der wird doch gar nicht gekickt. Fire in the hole. 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 Fless Grenade. Oh, für den Team mit. Oh. FPS-Anbrüche. Geht doch. In der Mitte kommt gleich einer. Oder über lang. Einer ist noch Hotel drin. Der müsste jetzt down sein. Der war die Brücke. Nee, das ist unsere Base. So, weg ist er. F11 einfach. Der war der 5-2, aber egal. Man sollte lieber den mit 1800 Pin kicknacken. So. Warum nicht wieder eine Base-Camp machen. Ich verstehe es nicht. Ja, nur ein cooles Team. Kommt dann lang was. Ah, Mitte kommt. Ah, doch nicht. So. Ah, lang denke ich mal, weil da kommen immer alle durchgewascht. Okay, einer ist noch mal die Bühne drin. Gehe ich lieber nicht hin. Ah, lang ist einer mit einer Katze. Gehe ich noch drauf. Ja, ist es klar, Digga. Komm mit dem 108er-Ping, geh mal weg, ey. Wer rumsprayt, ey. Mann, das ist ein Spray. Digga. Scheiße. Mann, das ist ein Spray. Verstehst du das nicht? Alter. War das eigentlich gehungen gelassen heute? Übrigens ist es noch früher morgen. Es ist gerade. Gucken wir auf die Uhr. 9 Uhr. Also bin ich mich sehr wach. Also warte jetzt nicht in Überskill. Na ja. Ja. So, der ist weg. Oh, das erste Match heute. Oh, das war halt nicht so viel. Oh, die haben wir uns spammen müssen, ey. Oh, wieder einer. Knapp-Panda-Master. Und einer auf Crow. Oh. Fest. So, weg ist er. Ach, verdammt. Leveljump. Passt. Buch 4-1 Waller. Na. Mann, nur Hanker unterwegs. Skill gibt's nicht mehr. Ah, da war einer. Oh, der FNF 2000. Oh, die will ich haben. Die will ich haben. Die will ich haben. Verdammt. Ach. Egal. So. So. Da kann ich schon, nein. Mit dem 2-5 ist nur viel Geld. Haha. Mustafar. Ich denke mal, ich habe mir da... Oh, war lange schon. Oh, schön killig ist jetzt. Nicht gut, Alter. Warum plantet der nicht? Wer ist Hack? Ah, wir hacken alle. Aber dann... Oh, verkackt. Verdammt. Wo ist denn der letzte? Weil der eine... Der Baum ist schon ganz schön. Aber, oh mal. Oh, dann kicke ich mal. Der hat an, glaube ich. So schnell wie der läuft. Na, der wusste doch, wo der ist. Äh, der hat an. Na, der hat an. Ach, komm. Double Jump. Geht doch. Oh, danke für den Teamnade. Die brauch ich jetzt. So schnell wie der ist. Dieser Abo-Avana, der hat Speed-Taker. Das sieht man nicht. Dann nehmen wir den, wenn man ihn kurz sieht. Das klappt euch denn. Hehe. Weg ist er. Warum schießt meine Waffe? Ganz ganz schwer. So. Ich habe die Bombe. Das heißt, wir müssen passiv erspielen. So, da oben ist nur einer, glaube ich. Oder ist er schon tot? Ne, er ist schon tot. Dann gehe ich mal planten. Ach man. Ist doch unfair. War keine Kills für mich heute. Okay. So, nehmen wir mal die Akara. Wie es damit heute läuft. Nicht so gut. Wo kommt der denn auf einmal her? 97 habe ich ihn mal eingezogen. Verdammt. Cool, der ist afkar. Nein. Oder? So. Mann, der ist afkar, Leute. Aber, kriegt den wir ja nicht. Wir müssen bleiben halt. Mal gucken, wie es da läuft. Raka, wird wirklich mal nichts, glaube ich. Oh, ja. Oh, ja. FPS-Anbrächer. Ich liebe sie. Übrigens, wen interessiert die Spiele auf 65 FPS gerade? Sieht man's? Ja. So. Ich denke mal, das in welchem Hotel. So. Ah, verdammt. So. Spot down. Und dann habe ich mit Flüss geschossen. Verdammt. Oh, was die Heck. Ah, kurz. So, wir sind die Hecke. Pff. Stille. Haaa. Ja. Egal, aber ich drücke. Warum macht der denn an, der 13-2? Leute, die sind auch gut. Okay, alle langkommt. Der Devil kommt da. Oh, nein. Oh, nein. Oh, Gott. Okay, flash. Oh, der hat gar nicht an, ey, warum kickte die ganze Zeit, Leute? Einer war top, einer ist Connector. Der Top ist noch nicht down. Einer war Brücke, glaube ich, noch. Ne. Ne. Ich bin bei der A. Dann geht auch B, planten einfach. Ich liebe die R-93. Ich liebe die R. So, da kommt gleich bestimmt einer, hoffe ich mal. Okay, unten lang. Und wo? So dünner ist immer einer. Verdammt. Wo kommt der von her? Naja. Ach, Mann. Verdammt. So. Jetzt gibt's die R-93. Der müsste. Dein K-2. Ich will deine R-93 haben, du. Voll Honk. K-2, jetzt kann ich gar nicht spielen. So, einer ist Feder Connector oder R-Top, weiß ich nicht genau. Ah, komm. Reiner bei uns. Aber ich lebe nicht lang. Ach, komm, Double Jump, ey, was? Kannst du mal probieren. Oh, Gott. Ah, den AWM. Kauf dir eine. Mitte kommt irgendwie einer. Ach, Mitte. Was macht der denn da? Der Farmer. Bist du taub? Da bist du eigentlich taub, Alter. Der ist über dir. Kein Kommentar. Was da war, der Mann von Turku. Kicken hier der Fokus. Oh, Bieste von unserer Seite jetzt. Von hier, der ist der Mann von Turku. Ah, ich geh auch, mein Freund. Oh, Mann. das ist doch und mit dem aller scheiß gelaber mit dem aller oder aus der blusen auf verdammt man kann nämlich wenn man runter springt und dann im richtigen Moment springt kommt man kein Damage, ist ganz lustig ich kann einfach keinen Motel schicken, weil Zombie-Modus spüren hey, glaub mir nicht oh, der DM-60 da, da, da Aua Aua Tieflash komm, komm her weißt du, was da rum ist denn hab ich den 40 gezogen denn hab ich dem den 40 gezogen ja, hab ich dem den 40 gezogen okay, mal B so, schön flasch die Brücke oh, was ist mein Gott komm hoch oh, komm der da, ey man muss da oh, fein blockchillt was da war oh so oh oh Babypanda sieht er auch mit seiner Chrome-Maske da oh wie ein Montev-Gimmel ey zwei Mal hat jemand R 93 T2 dabei ich hasse amerikanische so ja ja was soll, seht ihr schon kannst du den schlaufen ich liebe die R93 mach ich wieder eine K2 nicht, du Schwuchtel mit der Robo-Först, ey gegen xx das waffen Türke, ey ah aah ich krieg diesen xx, ey das war meiner ach, man so in der Mitte war einer dann schießt er gerade rum oh Gott ist der schwul warte hä ist er da oben verdammt los, holen wir Panda er ist recht nice so weiter geht's 11 zu 7 Kanäle naa wie gesagt erstes gelben also das ist jetzt nicht so krass da 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 war es ist so krass es ist ein hat schneider geht weg e-b-g-g-g-g-g es ist so mal auf da kommen hierher der Kutzlager bis zu Prozent so OECK Prozent 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 Da haben wir gerade One-Tick gegeben. Ja, trotzdem schon der Headshot. So. Jetzt Team-Bash. Flash. Oh, schockig das denn, ne? Ja, kann man nicht wissen. Er ist auch tot gewesen. So. Vielleicht Nummer 1. So. So, nächster. Ah, noch einer. Ah, verdammt. Oh, bin Gold, ne? Ich sogar. Oh, mit ist einer. Komm, ist der tot? Ja. Ja, der ist tot. Meine. So. Der letzte. Wo ist er denn? Ich glaube, ich schaffe das, ey. Und das war's für diesen Live-Kommentary auf, ähm, Leute, 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 ich hoffe, ihr hat's gefallen und wir sehen uns beim nächsten Crossfire-Video. Bis dann. Oh, ich glaube, ich hoffe, der hat einen.